Hallo Jungs! Meine Übung für heute ist ganz simpel und zwar braucht ihr nur einen Gegenstand. Ich habe jetzt einen Türstopper, kann ein Hütchen, kann eine Socke, kann ein Schuh, komplett egal. Irgendwas Kleines einfach sein und einen Ball. Und meine Übung ist einfach, ihr müsst versuchen mit dem Fuß den Ball einfach um das Hütchen herum zu bekommen. Also immer um das Hütchen den Ball herum zu führen. Und das macht es so lange, bis es sich gut anfühlt einfach und ihr es ungefähr gut könnt. Dann könnt ihr auch mal die Richtung wechseln. Und wenn das mit eurem stärkeren Fuß gut funktioniert, könnt ihr mal versuchen mit eurem schwächeren Fuß auch zu machen. Das ist dann vielleicht schon etwas schwerer. Aber ich bin mir sicher, ihr bekommt es auch mit dem schwächeren Fuß hin. Und ja, das ist meine Aufgabe für euch heute. Und übt's brav und dann wird es auch gut. Bleibt's gesund! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020